So, dann sind wir wieder zurück in Downtown. Und jetzt muss ich den Erik Engel finden. Geh, die Guten. Mr. Eric, wo bist du? So, was möchte ich jetzt? Aha. Da sind die Nazi-Schug wieder im Werk. Sir, die Towers are complete. Stand by. I'll stay active. Yes, sir. All the towers are active. Very good. Return to base immediately. Und? Ich zieh der Sendemaster vom Bayerischen Rundfunk. Damit sie ihren Scheid präsenten können. BJ, die Nazis haben gerade eine Radio-Tower aufgetragen. Wir müssen sie rausnehmen. Radio-Tower? Wo ist er in der Mauer? Wo ist er da liegen? Cover mich, wo? Ich glaube, da können wir uns. Oh, der Heilige Alonius. Hier, Kinderlein, komm mit. Keep holding them all, me too. I'm not done here. Wo ist denn los? Kontakt, kommt. That was close. Okay, wir sind nur mit mir, oder wie? Oh, hallo. Der ist super. Ich bin fast fertig hier, nur noch auf mich aufhören! Sie hat einen fixen Quatschnick! Konjunktur! Ich war direkt in den Geflügeln der Nazi! Ich denke, das ist es! Keep holding sie! Die Grenade! Aber ich meinte, das geht! Jumis auch! . . . Ich glaube, dass du dich von oben gehst. Höre, Höre! Bitte verlängert er im Schlüssel. Höre, Höre! Das ist jetzt so. Oh, Baby! Die Teile liegt sicher. Die blöde Kuh. Das ist gut, lass uns gehen, ich bin schnell! Blank ihn! Also, Kumpel, jetzt fertig werden. Mir flotten hier die Nerven. Das ist es! Jetzt, dass du siehst, wie es ist, kannst du irgendwelche anderen auf deinem eigenen. Es gibt eine in particular, die du vielleicht interessant finden möchtest. Eine größere Version auf der Radiestation in den Südwesten von hier. Sehr fix, fertig! Jetzt sprechen Sie in die Luft oder wir? Geh zur Radiestation! Warte mal! Den Karabiner her! Der wird prügelt für die Ferne! Blank ihn! Blank ihn! Don't let them chop you! Warum Sektoren? Ich sehe keinen! Warte, Bruder, geh jetzt! Ich hab die Schnaute voll! 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 Flank ihn! Flank ihn! Das war da oben, gell? Nicht, bitte fort! Enden fort mit mir! Und raus aus deinem Schlamassel! Und da möchte er mich da rein! Dann gehen wir da rein! Wenn's ihm da besser gefällt! Ein raffinierter Reichssucker! Besser! Besser! Sieg reit? Da können wir wahrscheinlich nicht gaffeln, oder? Ich kann nicht gerade reden! Geh hinter rum, Schü! Toil die Schöcker! Ja, du heiliger! Ja, da nehmen wir halt! Warte mal! Nehmen den großen Brügel, hat er gesagt! Und die Leichenfaust! Jawoll! Warte mal! Boitau! Warte ruhig wenig! Oh, du warte! Ich denke, das tut uns was raus, die Schüren springen drum! Run out, ey! Geh lieber raus, ey! Geh lieber raus! Ein Sackerl! Ob ich dich vergisst, oder was? Hat er richtig gesehen! Die unverschämte Hammy! Also nochmal! Die Leichenfaustnummer! Die Unverschämte! Die Unverschämte! Die Unverschämte! Aber jeder vertrat der Kugel! Land der Franz! Du hast nicht gemeint! Franzi! Wie schaut denn aus? Du fehlteb! Die Unverschämte! Die Leichenfaustnummer! Das ist nicht! Du Scheiße geh! Ey, Leute, du machst ihn! Gespannen! Ausgespannt! Wen schießt du? Hat er gerade beschissen oder was? Fass ihm die Fassel nicht! Machst du nicht mehr, gell? Oh, Scheiße! Und da kam er geflogen! Bei der Bullet Time war er auf der 3, oder? Das Gute ist, ich stecke nicht für euch! Aber wenn die austeilen, dann wuchs gar groß mehr! Hier! Du, schau denn aus! Er hat das Energy! Ich befürchte, die Flatter meiner KMF das! Irgendwo war was! Hätte ich gemeint! Hätte das alles! Wer ist da? Der Harder! Das Gasthaus! Ja gut, beim Harder ist er nicht! Da schmeckt mir nix! Schätze, oder wie? Entschuldigung! Ich hab mich gewundert! So, Haxen verschlaucht! So, der Plan war wohl, was er war noch der Plan! Ich weiß gar nicht mehr! Tower! Radio Station! Reißzucker! Aber gibt es da noch irgendwas? Ja nicht, oder? Wo ist der Radar? So hinten eine! Möchtest du eine? Nicht vor dem! Downtown West! Da drinnen, oder was? Ja, wer nicht meint! Dann gehen wir euch nach Downtown West! Befolgen Sie! Wo bin ich jetzt? Gehen wir mit dem Maus! Downtown West! Das ist der Plan! War der Plan! So, wie schaut denn aus? Die Radiestation? Hätte ich ja gesagt, ein Hotel! Das ist der Plan! Das ist der Plan! Ich find mich bloß da! Ja nicht, oder? Mich schreibt doch keiner! Wo spricht er denn? Hinten, raus! Die Radiestation! Stimmt das jetzt? Muss Stimmer! Bumm! Und, er macht es! Bumm! Von 5 Minuten! Vorsicht! Steckerl! Gemeingewillig! die amerikaner fly has been reported in this area da ist die vier left du gehst mir oben da er hat da die kisten zusammen oder wie attention die amerikaner fly has been reported in this area so wie schaut das aus 1 sind 4 die amerikaner fly has been reported in this area carl heins willst du was nicht gut er wird nicht verschlafen im Boden vorrücken 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 sie an ich vermute mal ein ein hund gemein ist vorrücken 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 die rotte schlöße ein stössender mit an 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 nach pm den von in Ich hab's auch getötet. Passt du los. Wer braucht da Feuer? So weh der Ruppel ist weit. Aber, der Störsender, nimm dir. Denn wenn der Störsender aktiv ist, dann kann ich meine Fähigkeiten nicht nutzen. Ja, da ist er. Wo ist das? Habt ihr mit. So, irgendwie geht's ja, geil. Moment, da hält ich mich. Er tut ich. Stopp hin! Wer du am Werk? Der Granatenwerfer persönlich. Nimm dich! Achtung! Skrads unternehmen! Wolle ich fulle Zeitung! Wolle ich! 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 Ich hab' den Blägen schüttelt. Wolle ich! Ja, ich hab' den Blägen aus! Energy. Einen Ruts. All checkpoints sind fully mellt. Oh, du bist hier. Du bist hier! granaten ab und zu wie wir nicht rum unten haben sie ein Tresorsschü, kann ich sehen, ist das ein Tresors, nein die Schü von die Fata Morgana Tumor, Power, da schieb ich ja, genau wo der Noten kling ist die Use, was ist denn dann, kann man die Ruckern so oder oh lady, tut mir leid, habe mir das Lack und Leder versaut, du Rindwig Alter, dort liegt's, Elsa, die geile Tigerin, das Rindwig der SS Sackgeil, ich hab dich schon gesehen, hab dich zu nicht, aber wie läuft dieser Das ist eine Dramatische Kugel. Aber wir kommen da ein bisschen bevor, als hätte er Schwierigkeiten von einem Missionsum. Wir gehen durch. Das ist gut. Halt mich vorstellen. Was ist der Plan? Die Waffe? Die Waffe? Untertitelung des ZDF, 2020